Sie planen, einen Windpark zu errichten oder betreiben sogar schon einen? Dann benötigen Sie auch einen EZA-Regler, der gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers die Parkleistung regelt. Doch was, wenn Sie einen Mischpark von verschiedenen Herstellern oder sogar verschiedenen Energiequellen betreiben möchten? Bisher war ein komplexes System aus verschiedenen Reglern, Terminals und eine Menge IT nötig. Der DEA-Regler von EE-Technik bringt Wirtschaftlichkeit in den Regelkreis. Unser Motto, weniger Hardware, maßgeschneiderter Service. Denn der DEA-Regler ist mit allen gängigen Systemen kompatibel und erlaubt die flexible Ansteuerung und Regulierung jeder einzelnen Erzeugungseinheit. Optimieren Sie Ihren Ertrag dank vorgezogener Auslastung der besser vergüteten Windräder. Doch EE-Technik geht noch einen Schritt weiter. An nur einem DEA-Regler können beliebig viele Betreibergesellschaften parallel angebunden werden und können die Daten Ihrer Erzeugungsanlagen auslesen, ohne dabei die eigenen Daten offenlegen zu müssen. Der DEA-Regler ermöglicht darüber hinaus eine flexible Schnittstellenführung mit der Anbindung zu mehreren Direktvermarktern. Und das über ein einfaches, webbasiertes Interface. Weniger Hardware, maßgeschneiderter Service eben. Denn EE-Technik steht für transparente Planung ohne böse Überraschungen. Beriet Sie umfassend und bietet umfassenden Service, auch nach der Planungsphase. Wir sorgen außerdem für die nötige Netzwerkanbindung und die komplette Integration des DEA-Reglers. Lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Lösung für Ihre Energieerzeugungsanlagen finden. EE-Technik – Ihr Spezialist, wenn es um die Regelung und Steuerung von erneuerbaren Energien geht. Wir regeln das!